Die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Bayreuth übernimmt in der aktuellen Situation alles, was nötig ist, damit für Sie im Sommer ein tolles Lehrangebot zur Verfügung steht. Alle Informationen der RW-Studiendekane, den Link zu den Corona-FAQ der Hochschulleitung und alle weiteren Hinweise finden Sie auf der Fakultätswebsite. Gehen Sie auf rw.uni-bayreuth.de, klicken Sie links im Menü auf News und dann gleich unter News auf Corona-FAQ. Hier finden Sie einen Link zu den FAQ der Hochschulleitung zum Thema Coronavirus und gleich darunter alle weiteren Hinweise der RW-Fakultät. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und bitte bleiben Sie gesund!